Herzlich Willkommen in eine weitere Runde Free For All. Heute spielen wir mal wieder gegen einen Online-Spieler und schauen einfach mal so was gleich passiert. Ich hoffe ja dass das gleich alles gut ausgehen wird bzw. dass ich gleich in einer Siegerliste stehe. Naja wir wollen auf jeden Fall ein bisschen fair spielen. Mal gucken ob wir auch snipen würden. Ich hau mal einfach mp9 rein oder ich weiß nicht mp9 mp7 mp7 Yo Und ich rufe Und Snipe Ähm Boah Lackt das. Lackt das. Komm. Nicht Haha Ha Das ist doch doofe von denen. Rennen mal hinterher. Auch wenn ich Hardscopen mache. Guck Ich Auf jeden Fall lag das immer noch ein bisschen. Oh, oh, oh! Ah, ha, no scope, no scope. Oh. Oh, Junge. No Claymore, ja, leck mich. Ich schwarzel doch nicht immer in diese Claymore rein. Junge. 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 Ah, na gar nicht. Schade. Da ist er. Ah, da hat er seine M9 oder was dabei. Loll. Aufklärungsdrohne bereit. Was heißt das denn? Weiß ich irgendwo. Woher ist er bereit? Wo sollen sie hin? He. Da ist er bereit zum Start. da noch flach da noch flach Verwündete Predator-Drohne im Anflug. Aufklärungsdrohne online. Verwündete Predator-Drohne im Anflug. Verwündete Predator-Drohne im Anflug. Verwündete Predator-Drohne im Anflug. Ah Mann, plackt das hier mal irgendwie so ein bisschen. Ich glaube nicht so ganz sauber. Vorräte warten auf das Zeichen. Machen wir hier, wir gewinnen immer mehr. Da lebt doch gar nicht mehr dran am Abend. Komm. Vorräte bereit, wo sollen sie hin? Vorräte bereit zur Auslieferung. Dumm ist er, rennt da wieder rein. Ah. So ein Bob. Lol. Asshole. Arschloch. Da rennt er wieder rein. Gott. Loll. Loll. Die Zeit wird knapp. Die Zeit wird knapp. Die Zeit wird knapp. Die Zeit wird knapp. Das ist aber auch möglich. Vorräte sind unterwegs. Jetzt kommt es her wieder rein. Nicht schlecht. Nein nein nein. Dann nimmt der General 3. Oh, er ist raus. Der hat so abgekriegt. Gut, bis dann.